Du bist dir nicht genau sicher, ob du YouTube in deinem Unternehmen einsetzen möchtest oder bist du Firmenchef und möchtest YouTube einsetzen und triffst aber auf Gegenwind oder bist du Angestellter und bist der Meinung, dass deine Firma auf jeden Fall YouTube Marketing braucht, aber du findest irgendwie kein Gehör, weil es immer wieder irgendwelche Gründe gibt, warum das keinen Sinn macht? Dann ist dieses Video genau für dich, denn ich möchte mal zu den größten Ausreden, den größten Missverständnissen, den größten quasi Gedanken, die Leute haben, warum YouTube Marketing keinen Sinn macht für Unternehmen, den möchte ich mal auf den Grund gehen, mal gucken, warum die meisten Quatsch sind und warum sich YouTube Marketing doch lohnt. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und die quasi größte Frage, die immer gestellt wird, lohnt sich YouTube Marketing überhaupt? Die habe ich zuletzt schon mal in einem Video erklärt. Heute soll es um fünf weitere Punkte gehen, um fünf weitere Fragen und häufig auch Ausreden, warum YouTube Marketing nicht betrieben wird. Grund 1, den ich immer wieder höre, ist, YouTube ist nur ein Trend und wird sich nicht durchsetzen. Nun, gerade große Unternehmen sind häufig bei solchen Trends viel, viel zu spät. Also wenn man sich anguckt, wie viele Unternehmen am Internet kaputt gegangen sind, wie viele Unternehmen jetzt an der Digitalisierung gerade kaputt gehen, es werden viele Firmen auch daran kaputt gehen, dass sie Social Media zu spät einsetzen, dass sie Social Media nicht richtig einsetzen, dass sie sich nicht darum kümmern und zu spät auf diesen Zug aufsteigen. Mal ein paar Fakten zu diesem Trend. Grund. YouTube ist die größte Videoplattform, die es gibt. Monatlich werden dort mehr als 6 Milliarden Stunden Videomaterial konsumiert von mehr als einer Milliarde Nutzer. Das entspricht einem Drittel aller Internetnutzer. Tendenz steigend. Denn YouTube wächst immer weiter und es kommen immer mehr Nutzer hinzu. Im Vergleich zu 2014 gab es 2015 40% mehr Nutzer auf YouTube. Das ist ein extremes Wachstum und es wurden 60% mehr Videomaterial pro Nutzer angeguckt. Das ist ja auch ein riesiges Wachstum. Daher kann man fast jede Zielgruppe auf YouTube finden und vor allem die junge Zielgruppe kann man auch nur noch auf YouTube finden und zum Beispiel nicht mehr im Fernsehen. Und selbst wenn es wirklich nur ein Trend ist, gucken wir uns das doch mal an. Ich meine, MySpace wurde zum Beispiel irgendwann von Facebook ersetzt und Facebook ist gerade auch eher auf dem absteigenden Ast. Und es gibt neue Plattformen wie Instagram oder Snapchat, die Facebook gerade so ein bisschen am Ablösen sind, gerade bei der jungen Zielgruppe. Aber dann wechselt man halt auf die neue Plattform und nimmt seine Zuschauer mit. Wenn man rechtzeitig ist, ist das überhaupt kein Problem und dann hat man da auf dieser neuen Zielgruppe einen unglaublichen Vorsprung. Wenn man jetzt nicht startet, dann startet man auch auf der nächsten Plattform nicht, falls es die gibt und dann bringt das gar nichts. Das heißt, lieber jetzt starten, sich damit schon mal den Vorsprung erarbeiten. Dieses vielleicht setzt sich das nicht durch, das ist wirklich wohl ein schlechtes Argument. Ausrede Nummer zwei, die ich häufig höre, ist, wir müssen die Nachricht kontrollieren, die wir nach draußen senden. Das heißt, hier ist wirklich eine Angst ums Image ein bisschen da. Denn, und das ist berechtigt, natürlich in der Anonymität des Internets schreiben unter YouTube-Videos in die Kommentare Nutzer unter Umständen schon mal gemeine Dinge. Und das kann man auch nicht so wirklich kontrollieren. Problem ist natürlich, die Leute reden so oder so, egal ob man es will oder nicht. Und es lässt sich noch viel weniger kontrollieren, wenn man nicht mitspielt. Denn dann reden die Leute halt in irgendwelchen anderen sozialen Netzwerken, unter irgendwelchen anderen Videos, in irgendwelchen Foren und so weiter. Das heißt, die Leute reden sowieso. Einen Unterschied und mitreden kann man nur, wenn man auch mitmacht. Und nur dann, wenn man sich aktiv da reingebt, wenn man aktiv auch mit den Leuten redet und zum Beispiel dann auch mal Verwirrungen oder Missverständnisse dadurch ausschließen kann und daraus durch auflösen kann, dann bringt das was. Nur dann kann man das auch verändern. Dann kann man auch die Nachricht, die man nach draußen transportiert, wirklich beeinflussen. Denn wenn man nicht nach außen kommuniziert, dann kommunizieren die anderen. Und was die kommunizieren, ist dann natürlich die Frage. Aber dritter Grund, den ich manchmal höre, ist, ich habe nicht die Zeit, mich darum zu kümmern, was jeder einzelne Hinz und Kunst so sagt. Nun, dieser einzelne Hinz oder dieser einzelne Kunst, der hat aber durch Social Media eine riesige Möglichkeit, riesiges Sprachrohr quasi. Und wenn da Leute ziemlich unzufrieden sind, dann kann das auch mal zu Problemen führen. Das heißt, gerade in unserer heutigen vernetzten Zeit macht es schon Sinn, sich auch um seine Kunden zu kümmern. Und es macht sich immer Sinn, um seine Kunden zu kümmern. Wer sich nicht um seine Kunden kümmert, hallo, also das ist ja wirklich... Also, die Zeit sollte man investieren, zumal man eigentlich gut Zeit damit sparen kann, gerade mit einem Format wie Videos. Denn man kann in Videos wie FAQs oder so auch grundlegende Fragen, die sehr häufig gestellt wird, einfach mal eingehen, den Leuten das erklären. Man kann dann in Zukunft auf das Video zum Beispiel verweisen und so weiter. Das heißt, man erspart sich damit eigentlich viel mehr Zeit, als man sich Zeit damit macht. Vierter Grund, es läuft doch auch gut ohne. Nun, das ist wirklich kein gutes Argument, oder? Ich meine, es lief auch mal gut ohne Computer, es lief auch mal gut ohne Handys oder ohne Internet. Mittlerweile haben sich wohl alle angepasst und haben verstanden, in der heutigen Welt braucht man das. In der heutigen Welt kann man nur noch teilnehmen, wenn man dabei mitmacht. Und es hat ja auch viele, viele Vorteile. Und so wird es vermutlich auch mit Social Media ergehen. Firmen, die auch gut ohne sind, laufen irgendwann nicht mehr gut ohne und dann irgendwann gar nicht mehr. Und überhaupt, was soll heißen, es läuft auch gut ohne. Ich meine, Firmen, die einfach nur laufen, einfach nicht wirklich was tun wollen, bei denen es okay ist, wenn es halt läuft, die haben es auch nicht wirklich verdient, oder? Also eine Firma, eine wirklich gute Firma sollte doch immer versuchen, vorne mit dabei zu sein, neue Maßstäbe zu setzen und das immer. Fünfter Grund, wir haben es probiert, es funktioniert nicht. Nun, das ist ein Argument, was mich besonders frustriert. Denn, klar, es ist erstmal schön, dass sie es probiert haben, aber meistens zeugt das von wirklich einem großen Fehlen von Geduld. Weil, was heißt in meisten Fällen, vielleicht haben es auch manche probiert und es hat wirklich nicht geklappt und es macht wirklich keinen Sinn. Aber in den meisten Fällen ist das, wir haben mal für ein paar Wochen Videos hochgeladen und wir haben keine Klicks bekommen. Auf unserem Kanal liegen fünf Videos, aber die haben alle nur 50 Klicks. Also, wenn man wirklich so ungeduldig ist, dann wird das auch nichts und YouTube und überhaupt Social Media ist immer so eine Langzeitsache. Das sollte man sich wirklich durchziehen. Man sollte, klar, man sollte mal reingehen, man sollte es testen und wenn man gar keine Ergebnisse erzielt, vielleicht nochmal ein bisschen schrauben, versuchen irgendwie Ergebnisse zu erzielen, wenn es gar nicht funktioniert, kann es auch sein, dass es einfach das falsche Mittel ist. Aber, es einfach nur mal so zwei, drei Videos hochzuladen, bringt gar nichts. Und das ist auch, darüber habe ich schon mal intensiv in diesem Video gesprochen, wenn euch das interessiert, guckt euch das mal an. Da habe ich euch erzählt ein bisschen, wie man das verhindern kann, dass man nach kurzer Zeit wieder aufhört, wie man sich Systeme schafft, dass man nicht aus Versehen quasi aufhört und so weiter, weil das Durchhalten ist quasi wirklich am Anfang eine der wichtigsten Sachen. So, ich hoffe, ihr habt einiges Neues gelernt. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Argumente liefern, warum YouTube Marketing sich lohnt. Und wenn ihr euch jetzt für YouTube Marketing interessiert, wenn ihr euch für YouTube interessiert, wie ihr einen großartigen Kanal aufbauen könnt, dann abonniert doch diesen Kanal. Hier erkläre ich euch alles, was ihr dafür wissen müsst. Und wenn ihr ein Unternehmen seid, wenn ihr ein Firmenchef seid, wenn ihr euch näher dafür interessiert, wie man Marketing wirklich für Unternehmen einsetzt, dann schreibt mir doch an info at sogehtyoutube.de. Dort werde ich eure Fragen beantworten, falls ihr Fragen habt, natürlich auch unten in den Kommentaren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Jan.